Team, 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 Team Comics, mein 86! Team, 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 Team Comics, mein 86! Hey ho YouTube und herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem guten Simeon, der heute mal wieder Zeit gefunden hat, sich mit mir hier hinzusetzen. Der gute Herr, der Zauberstern-Comics gestartet hat, das Phantom wieder zurückgebracht hat und ich sehe es ja an den Kommentaren unter den ersten Interviewen und auch in den Leserbriefen. Er hat da mit einer Kerbe reingeschlagen, wo die ganze Zeit quasi drauf gewartet wurde, dass endlich mal jemand in diese Kerbe reinsteckt und zwar, dass das Phantom wieder veröffentlicht wird. Und bevor ich jetzt hier noch drei Stunden weiterrede, erstmal an dich. Hey, wie geht's dir? Erstmal hallo, schönen Tag und ja, mir geht's sehr gut. Schön, dass wir uns so kurzfristig spontan anfinden konnten. Und danke, ja, für das Interview auch. Das erste Interview ist ja mittlerweile auch schon neun Monate her, sprich, es sind mindestens vier Phantom-Magazin erschienen seitdem. Wir sind jetzt bei fünf, das sechste kommt jetzt glaube ich gerade aktuell raus oder ist schon draußen, ne? Das ist jetzt eigentlich schon draußen, ja. Ja, ich habe es auf Instagram schon zweimal gesehen, das sechste ist schon draußen, sprich, krass, 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 krass. Das ist doch schon mal echt ein gutes Stück, was jetzt verbracht wurde, sechs Magazine. Ich habe andere Magazine oder Versuche etwas wieder zu veröffentlichen schon nach zwei, drei Scheitern sehen. Also ich freue mich total, dass die sechs erreicht wurde jetzt. Naja, es ist eigentlich die magische Zahl, ist die zwei oder die drei. Ja. Weil du bist eigentlich verpflichtet dann oder du musst dann die zwei bringen, bevor du noch die richtigen Zahlen hast. Manchmal auch die drei. Also deswegen enden dann viele Serien mit der zwei oder drei. Wir hatten Glück, bei uns sieht es sehr gut aus. Also beim Phantom, bei Mikros wissen wir noch nicht, wie die Zahlen sein werden. Ich gehe davon aus, dass die schwächer sein werden, aber das ist auch kein Problem. Dann arbeitet man etwas an der Auflage. Und was ich ja auch beim vorigen Interview erwähnt hatte, wir sind ja nicht sklavisch ans Klosso gebunden, also an den Zeitschriftenhandel, sondern können dann auch nur über Bahnhofs, Kioske, Comic-Shops gehen, was auch die Zukunft ist oder was ja auch weit verbreitet ist. Das muss man einfach realistisch sehen. Am Anfang ist es immer vom Vorteil, eine größere Auflage zu fahren, damit man das Potenzial sieht. Und dann hat es sich angeklicken, ja, im Grunde genommen kannst du danach irgendwann mal sagen, okay, ich mache jetzt die Hälfte der Auflage und habe fast die gleichen Abverkäufe wie bei der Startauflage. Das sind Erfahrungswerte, ja. Aber wie gesagt, Phantom läuft sehr gut. Man ist sogar am Überlegen, ob man nicht ein Album dazu bringt, alle vier Monate. Ach, cool. Ja, ja, mit besonderen Abenteuern. Das wäre quasi das gleiche Format, aber natürlich besseres, hochwertigeres Papier und halt dickerer Umschlag, sage ich mal, für den Preis. Ungefähr der gleiche Preis. Werden dann aber allerdings etwas weniger Seiten, 52 bis 68. Aber es gibt in Schweden eine Storyline, wo von Kit Walker, also vom 21. Phandom, dann Kit Junior und Eloise, also die Tochter und der Sohn, übernehmen. Und zwar verschwindet dann das 21. Phandom und die machen sich auf die Suche. Und das ist echt gut geschrieben und ja, auch grandios gezeichnet. Und da überlegt man, ob man nicht diese Storyline, es sind bisher, glaube ich, 10 oder 12 Hefte erschienen in Schweden. Also im Zeitraum von drei Jahren, also das kommt nicht monatlich. Also jedes Jahr so drei, vier Hefte. Und dass wir es halt in Alpenform dann bringen. Aber sicher ist das nicht. Wir haben dann immer das Problem, weil viele Fans haben auch das Problem, halt wenn ein Cliffhanger da ist. Aber ich wüsste nicht, egal wie man es bringt, es wäre immer ein Cliffhanger da, ob man es im Magazin voranzubringt oder... Aber es wäre halt was Besonderes und ja, wir sind gerade am Überlegen. Also Phandom läuft sehr gut, also da machen wir uns überhaupt keine Sorgen. Das freut mich total zu hören. Ja, und Mikros ist ja erst jetzt angelaufen, was mir persönlich riesen Freude macht, ja. Ja, auch. Es ist so voll die positive Entwicklung, finde ich. Ich war ja, wo ich das erste Mal das erste Heft gesehen habe, total überrascht, dass jetzt das Phantom und dann auch noch so, wie es damals ausgesehen hat, quasi in deutschsprachigen Raum wieder veröffentlicht wird. Und jetzt kommst du schon mit der zweiten Serie Mikros hinterher und Flash Gordon, was du ja noch im ersten Interview angekündigt hast. Hat das ja auch sein Zuhause bei euch gefunden, ne? Ja, ja, Flash Gordon kommt im Juli definitiv. Also es gab da Probleme mit den Daten, deswegen hat man... Eigentlich hätte Flash Gordon vor Mikros erscheinen sollen. Dann hat man das umgeworfen und halt Mikros vorgezogen. Und Flash Gordon wird auf jeden Fall im Juli kommen. Und die zweite Serie von Mikros, was auch oft gefragt wurde, Photonic, wird auf jeden Fall gegen Ende des Jahres, ich schätze mal September, Oktober, November auch erscheinen. Das sind dann elf Bände. Und ja, man schaut schon, dass man die eine oder andere Lizenz dann bringt. Aber natürlich werden wir niemals, also das kann ich gleich sagen, so ein Programm haben wie CrossCult oder Pandini oder was weiß ich. Wir werden schön weit bleiben. Das ist auch so gewollt, weil grundsätzlich mache ich auch nur die Sachen, die mich wirklich interessieren, muss ich sagen. Ja, das kann ich den Luxus gar nicht mehr erlauben oder da bin ich vielleicht ein bisschen Idealist, was das heißt. Ich glaube, ich würde es gar nicht anders handhaben. Und eine Sache, die ich auch sehr interessant fand, Schweden, du hast es ja gerade schon angesprochen. Und das erste Interview mit dir hat ein Zuschauer kommentiert gehabt, der in Schweden lebt. Und es super interessant fand, dass das Phantom jetzt in Deutschland so ein Revival hat, weil der meinte, in Schweden ist das so krass gehypt, dass es nie eine Lücke gegeben hat in der Veröffentlichung, die die ganze Zeit weiter rauskommt und dass das so voll in Schweden dazugehört. Jeder hat irgendwie von das Phantom zu Hause stehen, mehrfache Ausführungen. Das ist so total krass da, ne? Das ist wie bei uns die Mickey Mouse ungefähr oder früher wie ich. Außer, dass es da keine Unterbrechung gegeben hat. Ich glaube, seit 50 Jahren oder über 50 Jahren. Und das erscheint sogar zweiwöchentlich, muss man sagen. Zweiwöchentlich. Ich kenne da auch die Zahlen, die sind weitaus höher als das, was wir jetzt haben. Also bestimmt das Zwei- und Dreifache. Also richtig, ich sage mal, im fünfstelligen Bereich richtig gut, ja. Ja. Und das ist da einfach Kult. Das gehört dazu. Und man hat hier wirklich nichts davon mitbekommen. Und soweit ich auch informiert bin, haben die Schweden aber dafür nicht andere übersetzte Comics aus dem Amerikanischen. Ja genau, da wird gar nichts übersetzt. Da musst du alles im Original kaufen, wenn du was lesen möchtest von Marble und DC. Ja, ich habe von einem Bekannten, ich kenne Schweden leider nicht, also in dem Sinne, dass ich das Land mal bereist habe oder Urlaub gemacht habe. Aber mir wurde berichtet von einem guten Bekannten, dass da die Leute wirklich nicht Zweitsprache eigentlich, schon wie eine Muttersprache Englisch haben. Genau. Also in Schweden, allgemein in den skandinavischen Ländern, glaube ich. Aber besonders Schweden und deswegen ist es klar und ich denke, das ist auch die Zukunft in Deutschland irgendwann mal. Also ich spreche jetzt von einer Entwicklung von 20, 30 Jahren, weil ich weiß noch, in meiner Generation war das Englische noch nicht so verbreitet, dass es jeder konnte oder gut konnte. Ja, aber mittlerweile, wenn ich jetzt so in deinem Alter anschaue oder jünger, sind sehr viele da, die wirklich, ja, da sehr, sehr fit sind. Und ich denke, die Zukunft wird womöglich darauf hinauslaufen, weil ich muss auch sagen, ich weiß mittlerweile auch nicht, ob die englischen Verlage so Interesse haben, Lizenzen zur Übersetzung zu vergeben. Also meine Erfahrung, entschuldige, dass ich jetzt so einen Monolog halte. Ach nee, das passt super. Also ich sage es mal so, wenn es nach Zauberstern gehen würde, hätten wir jetzt schon bestimmt zehn Serien am Start. Also jeden Monat vier, fünf, das wäre eigentlich mein Optimum, sage ich mal. Und ich habe da bestimmte Kandidaten, die ich gerne hätte, die ich auch alle angefragt habe. Aber es ist alles sehr, sehr zäh. Die Kommunikation ist sehr schwer, hat mit dem Englischen nichts zu tun. Das ist perfekt, das klappt alles. Sondern ich habe manchmal das Gefühl, dass die Amerikaner da, ja, nicht mal wegen Geld, sage ich da irgendwie, ja. Die eine Hand weiß nicht, was die andere macht, wenn ich das so sagen darf. Es ist ein bisschen komisch, ja. Und ich bin auch über manche Entscheidungen auch ein bisschen verwundert. Oder die Kommunikation ist sehr schwer. Ich habe da jetzt eine Serie, sage ich mal, in der Pipeline, ja, die ich gerne bringen würde. Kann leider jetzt noch den Namen nicht sagen. Aber das war da auch so, dass monatelang Funkstille war. Und dann hat sich der zuständige Mitarbeiter wieder gemeldet. Und jetzt hoffe ich, dass der Vertrag irgendwann mal da ist, dass man loslegen kann. Aber es ist schwierig. Es kann auch daran liegen, natürlich, die gucken wohl, als Zauberstein, wer ist denn das? Ach Gott, ach, ne, da haben wir keine Lust. Die sind ja mini, die können ja nichts, ja. So ungefähr. Die Erfahrung habe ich damals am Anfang mit den Hörspielen auch gemacht. Das ist eine gewisse Ignoranz und Arroganz. Ich bin da ganz offen. Weil ich habe schon von großen Verlagen Publikationen gesehen und gelesen, die unterirdisch waren, ja. Und das ist einfach eine Tatsache. Und das heißt nicht, wenn man ein kleiner Verlag ist, dass man da keine Ahnung hat oder den Markt nicht kennt. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, ich kenne den Markt sehr, sehr gut. Und ich kalkuliere auch sehr, sehr gut. Und weiß ganz genau, was ich mache, wie ich Entscheidungen treffe. Und das geht ganz schnell, ja. Und ich kann immer auf die Marktgegebenheiten reagieren. Und das kann ein großer Verlag eher nicht. Das Problem ist einfach beim großen Verlag, wenn du eine Marge hast, ich muss diesen Gewinn machen pro Titel, dann hast du diese Marge. Das ist einfach wie ein geschriebenes Gesetz, ja. Dann bist du einfach nicht flexibel. Und ich kann vielleicht auch sagen, okay, das ist richtig mies, aber dafür läuft die Serie gut. Also schauen wir mal, dass wir die Serie irgendwie mitfinanzieren können, ja. Und das ist oft bei anderen Verlagen nicht so, sondern jedes Produkt muss halt den Umsatz bringen. Und jetzt habe ich genug gelabert, aber so zum Einstieg. Nee, das ist super. Das ist immer super interessant, diese ganzen Hintergrundinformationen zu bekommen. Das ist ja auch, denke ich mal, für die Zuschauerinnen und Zuschauer super interessant, einfach mal so ein bisschen den Einblick zu bekommen. Und da am besten, wenn es das auch gar nicht aus dem Gespräch ergibt. Deswegen bin ich mir super dankbar dafür, wenn man so ein bisschen monoliert, also Monolog hält. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass viele Fans auch ein bisschen, wenn sie möchten und sich dafür interessieren, einfach Infos auch haben. Hintergrundinfos, da kann man vielleicht bestimmte Entscheidungen besser verstehen, ja. Ich wurde ja oft gelobt jetzt oder, naja, zum Teil gelobt, dass die Sachen im Zeitschriftenhandel sind und zum Teil kritisiert, dass sie nicht überall sind, ja. Und dazu möchte ich sagen, wenn ich überall sein möchte, müsste ich eine Auflage von gut 200.000 vielleicht haben. Oder nicht mal das würde lang, ja. Dass ich jeden Kiosk in Deutschland abdecke, Österreich und Schweiz vielleicht auch noch. Es geht in der heutigen Zeit mit den Produkten, was wir machen, geht das nicht, das ist Utopie. Ja, 200.000 Abnehmer würde, das ist ja auch, ne, muss man gar nicht drüber sprechen. Das heißt ja, nur nicht als im US-Bereich bei der Auflage, da kratzen sie ja auch meistens unter den 200.000, ne. Ach ja, noch viel weiter sogar teilweise, das ist seit 20 Jahren, das ist eigentlich vorbei und deswegen denke ich, es wird die Sonntag geben. Die Frage ist, ich kann nicht in die Zukunft schauen, ob wirklich in 20, 30 Jahren noch die Comics in der Form veröffentlicht werden, ob es jetzt dann Panini ist oder CrossCult oder ein ganz neuer Verlag oder, ich weiß es einfach nicht. Es ist ja auch so, wieder eine Manga-Welle, glaube ich, dass die Mangas ganz ordentlich laufen. Ja. Aber ich habe der Charlie zum Beispiel bei uns, der kennt sich sehr gut aus mit Mangas, ja. Da könnte vielleicht mal, wenn da was ist, könnte man was bringen. Ich selber kann damit nichts anfangen, also nicht falsch verstehen, das Medium finde ich toll und alles, ja. Und ich habe mich versucht, da reinzulesen, aber es war bisher kein Stoff, der jetzt mich so interessiert hätte oder es ist einfach nicht so meine Welt. Aber klar, ich sage mal, wenn der Charlie sagen würde, du, sieh mir und guck mal, das ist ganz toll, das können wir bringen. Aber auch, ich denke, das ist auch utopisch, weil es mittlerweile, denke ich, die Verlage unter sich, die anderen Verlage unter sich aufgeteilt haben, ist auch gut so, ja. Ich finde es ja ganz toll, dass zum Beispiel CrossCult bei uns in Stuttgart, in Milaneo, jetzt so einen wirklichen Laden. Ja, genau, MagaCult, ne? Ja, vielleicht gehe ich mal nächste Woche und schaue es mir mal an, wie sie das machen, weil das finde ich, ich kenne ja die Pachtpreise bei so Shopping-Centern und da drücke ich die Däumchen und wünsche alles Gute, dass das auch Früchte trägt, weil es ist nicht leicht allein von den Fixkosten, ja. Ja, klar, klar. Aber finde ich gut, dass die sowas gemacht haben und die Szene voranbringen wollen, ja. Auch, wenn es in Anführungszeichen nur Manga sind, aber ich kann die Entscheidung verstehen, wobei ich nicht weiß, ob nicht doch die eigenen Produktionen von den anderen Sachen da auch häufig sind. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass die auch von den anderen Verlagen die Manga mit drin haben, also da findest du auch Carlson, Avant Verlag oder wie der heißt und da findest du eigentlich tatsächlich alles von jedem Verlag, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie so eine kleine Comic-Ecke mit ihren eigenen Produktionen haben, aber das ist eine Mutmaßung. Das ist auch zu weit weg, dass ich den Laden mal abchecken würde, aber das Interessante ist, bei mir um die Ecke hat jetzt auch einen Manga-Laden aufgemacht, Manga-Mafia. Das ist hier so eine Manga-Kette, war ich vor kurzem drin und die haben auch nur Manga und ein paar Anime-Statuen drin und auch wenn ich mittlerweile ein paar Manga richtig ins Herz beschlossen habe und auch viel Manga lese tatsächlich, ist das für mich so, ich verstehe das Konzept nicht von dem Manga-Laden, weil ich mir denke, man könnte ja genauso gut Comics auch reinbringen. Manga sind für mich einfach nur japanische Comics, ist ja das gleiche Medium, bloß andere Stilmittel, die genommen werden, man liest von hinten nach vorne, aber im Endeffekt ist es ja auch ein Comic. Ich verstehe diese Trennung nicht bei den Shops, ich würde einfach beides reinpacken. Naja, vielleicht, ich verstehe es ja auch nicht, weil das wäre ja die Gelegenheit, die anderen Comics auch noch unter die Leute zu bringen. Ich finde auch, ich würde gerne zum Beispiel die ganzen Comic-Shops, die es noch in Deutschland gibt, gerne mehr unterstützen. Ich habe ja jetzt zum Start von jeder Serie, habe ich uns im Vertrieb immer so einen Packaufkleber mitgegeben und was weiß ich und wenn jetzt die Comic-Fachhändler auf mich zukommen würden und sagen würden, du kannst du nicht mal das oder das machen, als finanzierbar wäre, würde ich das auch machen, weil ich finde es traurig, zu Infinity-Zeiten waren es noch gut 400 Läden und jetzt sind es 100 oder 120. Und wir machen mit diesen Läden aber richtig gute Umsätze, muss man einfach sagen, da läuft so ein Großteil, die Leute gehen trotzdem dahin, finde ich auch gut. Und deswegen diese Manga-Läden, ich verstehe, wie du gesagt hast, ja, dann will man das halt so trennen, dass der Comic nichts mehr, also als ich mal im Krankenhaus war und behandelt wurde, hat eine nette Physiotherapeutin zu mir gesagt, sie will so, es wurde ihr vollen Graphic Novels zu lesen, ja, aber sie kann damit eigentlich nichts anfangen, sie weiß nicht, sie macht das da und sie wusste nicht, wie lesen. Dann habe ich so ein bisschen erklärt, wie man das liest, habe dann aber gesagt, oder sie hat gefragt, wieso das so heißt oder was das ist, und da habe ich eigentlich gesagt, es sind eigentlich, eigentlich ist es ein Comic, ja. Ja, ist davon nur ein neuer Begriff. Ja, ein bisschen hübscher aufbereitet, oder was auch immer, oder ein unbedingt Superhelden-Thema, aber es ist ein Comic, ja, und dann habe ich halt auch gesagt, wenn man wirklich ein Leben lang nichts damit anfangen kann, ist es schwer, da einzutauchen, ist auch jetzt noch meine Meinung, ja, also wenn du überhaupt nichts damit anfangen kannst, dann wird es schwierig. Ich habe so viele Bekannte, die finden das cool, was ich mache, und was ich, ob jetzt Hörspiel oder Comic, aber können mit den Medien da gar nichts anfangen, ja. Das ist von mir genauso, wenn mich Freunde besuchen kommen, die gucken mal so in mein Zimmer rein, sagen dann cool, und ja, Punkt, die finden dann eher krass, was für eine Masse ich angesammelt habe, aber die können damit halt auch gar nichts anfangen. Was doch der Grund war, weswegen ich dann mit YouTube angefangen habe, wenn ich mit Leuten darüber rede, die damit was anfangen können, ne, das ist ja so diese Sache, ne, das ist halt so ein kleines Gebiet, gerade im deutschsprachigen Raum. Ich habe einen Cousin, der lebt in Spanien, da ist das ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, das Medium Comic, da ist das ja auch nochmal viel krasser Mainstream drin, und der war so voll verwundert, dass ich mit Comics nur so wenig Leute auf YouTube erreiche, weil nicht wenig Leute im deutschsprachigen Raum ist das schon recht viel, ne. Da meinte er so, was, das kann ich gar nicht verstehen, wenn du auf Spanisch reden würdest, du hättest Millionen Aufrufe pro Video, ja. Ist das so in Spanien, das kenne ich den Comic Markt überhaupt nicht, muss ich sagen. Ein spanisches Comic Markt ist riesig groß, das ist so ein bisschen wie mit Frankreich oder in Belgien, Belgien ist richtig krass, ich war mit meiner Frau in Brüssel gewesen, und wir hatten im Vorfeld so eine Dokumentation in Brüssel angeguckt, und da waren sie auch im Comic Shop drin, und da meinte er auch, wie ist dein Klientel hier drin, und da guckte er die so völlig verwandert an, und meinte so, hier liest jeder Comics, hier kommt es eher darauf an, was du liest, nicht ob du Comics liest, sondern eher, welche Genre Comics liest, es gibt doch jede Genre, warum sollte man keine Comics liest, ja, der war so, der war so völlig verwundert über die Frage, was für ein Klientel, da denkt jeder, der hier vorbeigeht, ist mein Klientel. Der Patenonkel meiner, wir gehen jetzt in die 70er zurück, Anfang der 80er, der Patenonkel von meiner Schwester, den haben wir dann, ja man hat sich immer so sonntags gegenseitig besucht, wir hatten damals sogar kein Telefon, also überhaupt kein Telefon, ich meine jetzt kein Telefon, sondern Festanschluss, und dann hat man halt immer sonntags so spontan Besuche gemacht, bei den Bekannten, und dann sind wir zum Patenonkel meiner Schwester gefahren, und damals hatte ich gerade angefangen zu, also die Spinne, die Spinne, ja, Spider, wenn sie kommen, und das war 80, oder 81, oder was, 79, ich weiß es nicht mehr, ich bin ja damals eingestiegen, wo Gwen Stacy quasi bei den Publikationen beim Williams Verlag umgebracht wurde vom grünen Kobold, und das war damals für mich, oh, was, oh, da stirbt ja eine Hauptperson, das kann ja gar nicht sein, auf jeden Fall, dass ich zurückkomme, wir haben den guten Mann besucht, und da lagen Williams Comics rum, ja, der hat sie gelesen und der hat sie gesammelt, ja, weil ich dann gehofft habe, dass ich am Ende, weil damals war es halt so bei den älteren Griechen, sag ich mal, die waren damals so um die 50, ja, also leider lebt er nicht mehr, wäre jetzt weit über 90, der hat das wirklich gelesen und gesammelt, das war eine ganz große Ausnahme, weil ich habe da niemals in der Generation jemanden je wieder kennengelernt, der das gelesen oder gesammelt hat, ja, also in Griechenland ist eigentlich, was Comics angeht, ein düsteres Feld eher, ja, da gibt es ein, zwei kleine Verlage, die super Publikationen machen, aber da wird es ja auch immer enger, sag ich mal, ja, aber gut, dass ich das über Spanien weiß, ja, das ist, also franco-belgisch weiß ich ja, dass das da sehr ausgeprägt ist. In Clever & Smart zum Beispiel kommt auch Spanien. Ja, genau. Und die Spanier machen sich über die Übersetzung lustig, Clever & Smart auf Deutsch kannst du wohl komplett in die Tonne kloppen, der Humor, der lässt sich wohl nicht übersetzen. Ich bin nie mit denen warm geworden, ich kann es nicht beurteilen, wie lustig die deutsche Übersetzung ist, aber... Also ich fand es früher lustig, die heutigen, ja, ich habe sogar fast alle von Musik... Ich bin Clever & Smart Fan, habe ich gerade... Ach krass, ich weiß nicht, wie gut dein Spanisch ist, lese mal auf Spanisch. Ich glaube, ich würde da nicht so viel verstehen, aber ich kann es probieren, ja, jede Sprache zugute, ja. Nein, es ist ja auch jetzt, den Humor, den du ansprichst, ich habe jetzt bei Mikros, es ist wirklich was anderes, wenn du vom Englischen ins Deutsche übersetzt, als vom Französischen ins Deutsche. Erstens hatte ich da irgendwie viel weniger Text, ja, beim... Und ich hatte ja jetzt durch das Magazinformat mehr Platz in Sprechblasen. Ja. Und habe dann einiges noch dazu getextet oder versucht, interessanter zu machen. Boah, das ist ja voll der Vorteil, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Du kannst die Sprechblasen ja ganz anders nutzen. Das ist ja oft ein Problem, ne? Beim Phantom nicht, weil beim Phantom habt ihr ja großen Rand, aber bei Mikros schon. Und ich dachte, das wäre jetzt zum Vorteil, weil es beim Phantom doch immer eng wird, weil ich dann doch anders Texte womöglich wie Sand für Übersetzer machen. Ich bin ja nicht der übliche Verdächtige, sondern der Charlie übersetzt eigentlich vor und ich bearbeite die Texte noch und wenn mir etwas nicht gefällt, wo ich denke, das passt gar nicht rein, dann ändere ich es auch einfach, damit es einfach dramatischer klingt oder besser klingt oder besser passt zu der Story. Ja. Da hatte ich jetzt bei Phantom 6 zum Beispiel eine Sache, ähm, ja, möchte ich hier jetzt nicht verraten, aber es passiert am Ende etwas, ein Geheimnis wird enthüllt, was im... Denk dran, wenn du das liest, ja, also die Nummer 6 am Ende wird ein Geheimnis enthüllt, was im Original nicht so ist. Ich fand es aber irgendwie dramatischer dann, ja. Der eine oder andere wird mich dafür steinigen, aber ich hatte das Problem, zurückzukommen zum Humor, hatte ich bei Mikros das Problem, dass der französische Text, den ich dann hatte, übersetzt, hat nicht gepasst, ja. Das, was der Crappy gesagt hat, der Big Crap, einer der Superhelden, ja, der hat die schweren Händen, und das waren einfach banale... Naja, vielleicht sind meine Sachen auch dämlich, aber anders dämlich, ja, versteht man wenigstens. Aber das konnte man gar nicht verstehen, das war einfach... Gibt es nicht auf Deutsch, so wie du sagst, womöglich von Spanisch auf Deutsch, es geht gar nicht. Und da dachte ich, auch wenn ich da rumfeile, ich bekomme es nicht hin. Und da habe ich mir gedacht, okay, es ist auf den 80ern, dann versuche ich es mal so mit Bad Spenzer-Sprüchen ein bisschen und dieser Rainer Brandt ein bisschen schnoddrig, ja. Jetzt habe ich aber die Rückmeldung bekommen, dass es, war mal kurz, ich glaube... Hörst du auch die Wellenstädige oder geht es bei dir? Ja, das geht, die hört man nur leise. Ja, ja, okay. Weil gleich neben dran ist das Wohnzimmer. Muss ich die wegmachen. Es ist einfach so, dass ich das nicht eins zu eins übernehmen konnte und jetzt ist die Rückmeldung bekommen von einigen Stellen, die den Humor nicht mögen, ja. Ich kann aber das Original auch nicht so bringen, also ich werde schauen, dass ich da Magazin zweitens ein bisschen entschärfe, ja. Ja gut, das ist ja, ja, Humor liegt in den Augen des Betrachters und mit konstruktiver Kritik kann man gut arbeiten, finde ich. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin da auch nicht irgendwie, dass ich mich angegriffen fühle, weil das ist, wie gesagt, Humor ist Geschmackssache. Ja, voll. Voll. Das Lustige ist ja auch, das ist das jetzt bei dem Bad Spencer-Film, die hast du gerade lustigerweise angesprochen, die sind ja nur in der deutschen Übersetzung lustig. Das haben sie ja auch komplett anders übersetzt. Das sind ja eigentlich bitter ernste Filme im Italienischen und dann dachten sie sich fürs Deutsche, ach nee, lass daraus Komödie machen und haben da einfach diese Voice-Over-Stimmen drauf gesetzt. Auf einmal war alles lustig und das war auch nur die Übersetzung. Und es gibt, glaube ich, von fast einem Film zwei verschiedene Übersetzungen. Die eine komplett drüber, die andere nur so ein bisschen drüber und wenn du dann das Italienische Original guckst, hast du einen komplett anderen Film. Das ist auch total krass. Das wurde früher öfters mit solchen Filmen gemacht. Es wurde auch mit Serien gemacht. Ich weiß, dass zum Beispiel von Die zwei mit Roger Moore und Donny Curtis, ja, die waren im Original überhaupt nicht erfolgreich und eigentlich auch gar nicht so witzig, ja. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich die Originale bisher nicht angeschaut habe, ja. Aber, ja, das war halt schnoddrig. Es ist auch nicht immer, auf schnoddrig gehe ich. Ich kann das schon verstehen. Mein Heiner, ja, wird es halt nicht witzig finden. Ich kann mich darüber amüsieren, sonst würde ich es nicht machen. Aber ich denke da schon, dass das auch manchmal drüber ist. Das merke ich schon. Bloß der Typ Original und wenn du auch die Mikroshefte von Bastail liest, macht er manchmal so blöde Sprüche, ja. Der tut auch so anecken. Und ich kann, und es ist wirklich zu 90 Prozent nur auf diese Figur bezogen und das ist ja auch eine Charakterisierung, das ist ja wichtig, ja. Ja, klar. Und jetzt werde ich halt schauen, wenn es nicht unbedingt sein muss, werde ich es ein bisschen entschärfen. Aber Mikros ist auch ein Comic aus den 70ern, also mit vielen Einflüssen aus den 70ern, ist in den 80ern erschienen. Und das können wir nicht, man hätte es ja versuchen können, absolut zu modernisieren. Würde ich nicht. Ja, da geht der Charme aber auch verloren. Vielleicht ist es auch einfach so, dass der Charakter halt unacted, aber solche Charaktere gibt es ja öfters mal, denen ist jedermann gefallen. Ist ein Hitzkopf, ja. Ja, und das ist ja auch Kunst. Und über Kunst muss man diskutieren. Und manchmal... Ja, das ist auch gut so. Ne, gehört ja auch dazu. Und eine Sache, die mich so sehr interessiert und die wir letztes Mal auch schon besprechen wollen, die ich jetzt einfach mal so reinbringen muss, ist Zensur in Comics. Rute Simeon, für die Leute, die den ersten Teil von unserem Interview noch nicht gesehen haben, den ich an der Stelle verlinke, guckt den unbedingt noch nach, weil da auch wirklich viele interessantere Sachen erzählt wurden. Und der gute Simeon hat damals beim Infinity Verlag gearbeitet, die ja The Dark, The Switch Bad, die ganzen Top-How-Sachen und auch einiges anderes rausgebracht haben und auch dafür bekannt sind, dass die Comics zum Teil stark zensiert gewesen sind. Und über die Stärke lässt sich jetzt streiten, aber wie kam es dazu? Warum so viel Zensur damals? Na ja, ich weiß, als ich bei Infinity angefangen habe, hat es ja schon diese Violator, ich glaube es sind zwei Hälfte gegeben. Und da war eine Szene, wo eine Frau abgeschleppt wurde vom Violator oder von irgendjemandem an den Haaren gezogen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich hätte vor dem Interview nochmal nachschauen sollen, ich habe es leider nicht gemacht. Es war eine Szene mit einer Frau, die halt wie eine Vergewaltigung aussah und das hatten ein paar Leute gestört, die das gemeldet haben und daraufhin wurde der Verlag als Infinity angezeigt und es ist wirklich auch zur Gerichtsverhandlung gekommen. Ach krass, das wusste ich gar nicht, krass. Ja ja, und es ist, naja, jetzt klingt das alles so hart, man hat halt eine Einladung bekommen, der Rechtsanwalt von Infinity ist dann hingegangen, soviel ich weiß, Marius Kessler ist dann bei der zweiten Verhandlung, war auch anwesend, der hat uns dann davon berichtet, ich möchte jetzt nicht, also ich gebe das jetzt im Gedächtnis Hub wieder. Im Grunde genommen war es da, die Anzeige wurde dann fallen gelassen, weil die Richter nichts mit dem, die haben das nicht verstanden, um was es da überhaupt geht. Ach krass. Jetzt ist das rausgekommen, haben es gar nicht geblickt, sage ich mal, auf Neudeutsch, ja, um was geht es da, was so ist, aber es wurde angezeigt und kurzer Einwurf, ich hatte auch ein Erlebnis, wo ich mal auf einer Hörspielmesse am Stuttgarter Bahnhof war, da wurde die Halle genutzt, das war 2009, konnten sich Hörverlage präsentieren und da hatten wir einen kleinen Stand und da war eine Mitarbeiterin dabei, die Sabine und dann haben wir halt kostenlos Hörspiele verteilt. Wir hatten Festbestände, die haben wir verschenkt, ein paar Flyer, Aufkleber und so weiter und das ging einen Tag, von morgens um 9 bis abends um 18 Uhr und kurz davor war diese schreckliche Amoktat in Weiblingen bei uns hier, das ist ja winnenden Weiblingen, ist ja hier 30 Meter entfernt und da ist ein Typ aufgetaucht zum Ende 50, Anfang 60 damals, ich war 39 und der hat uns die Hölle heiß gemacht am Stand, das kann man sich nicht vorstellen, um Schuld, ich bin schuld, dass der Typ, also er hat wirklich so auf mich gezeigt, sie sind schuld, sie sind schuld, sie und ihre Familie, sie sind schuld, ja, wirklich. Und da waren mit der Nähe Polizisten und irgendwann mal habe ich die hergerufen, die sollen mal schauen, dass der verschwindet. Vor allem in solchen Fällen kommt danach doch immer raus, dass diese Leute schon tausendmal vorher auffällig gewesen sind und dass eigentlich alle Instanzen schon gewarnt gewesen sind und keiner reagiert hat und dann sucht man immer irgendwo den Schuldigen und das sind dann natürlich Medien wie Hörspiele, Videospiele und Comics, die an sowas schuld sind, das ist auch immer der Wissen. Das sind immer die ersten Verdächtigen, der hat so viele Games gespielt. Aber lustige Sache, das hört sich schon böse an, aber ein Beispiel dazu, sagen wir es mal besser so, ist, das ist eine Sache von neuen Medien. Ich habe das vor kurzem erst gelesen, als das Buch neu gewesen ist, wurde damals die ersten Leute, die Bücher verkauft haben, voll angeprangert, weil die Leute, die überzeugend gewesen sind, dass wenn du ein Buch liest, ein Thriller, ein Roman, hast du ja von der Hauptfigur die Stimme in deinem Kopf drin und das würde die Leute auf Dauer kaputt machen und verrückt machen, wenn sie jetzt ganz viele Bücher lesen und so wurde damals auch immer gesagt, dass böse Menschen durch Bücher beeinflusst wurden. Und dann sollte der Roman verboten werden, weil er die Leute verdirbt und das ist das Schicksal, was aktuell noch so Videospiel oder jetzt an der Stelle bei dir Hörspiel und das Comic mit sich bringt. Das ist einfach, Leute verschießen sich von neuen Medien. Vielleicht dauert es noch 100 Jahre und dann ist das Comic und das Hörspiel angekommen. Naja, gut, wie gesagt, so sagen Sie, wir haben schon ein Problem mit den Medien und mit der ganzen Gesellschaft eigentlich, wie es sich entwickelt. Ja, also die Verrohung der Gesellschaft, das ist schon ein Thema. Das kommt aber nicht von Comics oder auch von Games, sondern von den Menschen selber, so wie wir heute miteinander umgehen und so wie wir miteinander leben. Das ist ein Problem, was bestimmt die nächsten paar Jahre auch mehr in den Vordergrund gehen wird und auch darüber diskutiert oder geredet werden muss. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein komplett anderes Thema, das wären wir schon tiefgründig. Es geht eigentlich gerade um Zensur. Also mit der Zensur war es wirklich so, dass es ein richtiges Gerichtsverfahren gegeben hat. Letztendlich wurde das fallen gelassen, aber durch die Erfahrung, weil es kostet natürlich einen Haufen Geld, ist ja ganz klar. Da greift ja keine Rechtsschutzversicherung und nichts. Und Infinity war ja auch ein kleiner Verlag, das wissen ja viele nicht. Infinity war nicht Modern Graphics. Modern Graphics, das war irgendwie, es gab da schon Bezüge miteinander oder Beteiligung, aber Infinity war wirklich das Ding von Marius Kessler und da hatten die von Modern Graphics gar nichts zu bestimmen. War einfach so. War eine ganz andere Sache. MG war wieder ein Comicverlag für sich. Ja und es war halt ein kleiner Verlag, wenn du dann halt immer wieder vor Gericht musst. Und wir hatten das Thema oft, wir hatten das Thema oft, wo wir, also Marius, Igor, Jakob und Thomas diskutiert haben am drunten Tisch. Den gab es wirklich. Und dann war auch das Thema, was machen wir jetzt mit der Szene? Ja, da wurde quasi von der Frau das Hirn rausgeballert. Und die Amis haben das natürlich recht kunstvoll alles gezeichnet. Ja, das ging halt oder geht auch heute noch nicht in Deutschland. Ich weiß es nicht. Ja, ich stehe jetzt nicht vor der Entscheidung unbedingt, dass ich so etwas zensieren müsste. Ich glaube, ich würde es erst mal unzensiert bringen. Und wenn ich sehen würde, okay, es gibt Ärger, kann man immer noch merken. Also aktuell kommt alles unzensiert raus. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mitbekommen habe, dass was indiziert wurde, das war bei Panini, bei der Gars Ennis-Veröffentlichung von Punisher. Da gibt es ein Band, der ist indiziert worden und der wurde auch bis heute nicht mehr gereprintet. Ansonsten war Infinity, soweit ich weiß, der letzte Verlag, der noch Sachen zensiert hat. Nach Infinity kam alles ankert raus. Ja, und die Sache war, wo wir uns immer kaputt gelacht haben und darüber diskutiert haben. Es ist halt einfach so, die Amis, also die Amerikaner, haben mit Gewalt kein Problem, aber mit Sex. Ja, das ist so krass, das ist so weird, das ist so weird. Die natürlichste Sache der Welt. Auch heute noch, auch heute noch. Ja, klar, das ist so seltsam. Nee, ich finde das irgendwo auch heuchendartig und doppelmodisch. Ich weiß nicht, wie ich das schon damals, ich bin der Meinung, man hätte von selbst das ein bisschen entschärfen müssen, die Gewaltakte damals, ja, dass wir gar nicht da reagieren müssen. Weil es war dann halt ein Thema, bei jedem Heft, was wir rausgebracht haben oder fast jedem, gab es irgendeine Szene und da haben wir überlegt, was machen wir damit? Lassen wir das? Oder beziehungsweise, es war ja die Entscheidung von Marius, ja, lässt er das, tut er das zensieren? Und in der Haut möchte ich dann auch nicht stecken. Und manchmal haben wir dann dazu geschrieben am Anfang, liebe Fans, also seit es 41, 44 oder so, mussten wir was zur Sicherheit zensieren, dass wir halt dann keinen Ärger bekommen, dass die Bescheid wissen. Und es war auch heiß diskutiert, weil manche Fans haben dann auch gesagt, nee, lese ich nicht mehr, mag ich nicht, das ist Mist und dies und jenes. Aber wir sind ja hier nun mal in Deutschland, ja, und du kannst nicht bei jeder Auflage Gerichtsverfahren riskieren, ja? Nee, klar. Also es ist trotzdem super ärgerlich, auch aus meiner heutigen Sicht. Ich bin ja gerade so ziemlich alles am Nachkaufen, was damals bei Infinity erschienen ist, weil dem Verlag hat es genau in der Zeit gegeben, wo ich nichts mehr mit Comics zu tun hatte. Ich habe halt in der Kindheit bis zur frühen Jugend, dann als Jugendliche aufgehört und als Erwachsener wieder angefangen. Und in der Zeit ist der Infinity Verlag gekommen und wieder pleite gegangen. Das ist nämlich nur so guter Zeit gekommen. Also die neun Jahre quasi. Ja, genau. Das war meine Comic-Pause, genau diese neun Jahre Infinity. Schade, aber gut, ist halt manchmal so. Ich habe ja jetzt auch, ich habe vor kurzem auch mal einen Bericht gelesen, wo wir Bilder sogar drin haben. Ich glaube, Topco Sonderheft 2 ist das, wo der Comics-Salon in Erlangen war. Da gibt es noch alte Fotos vom ganzen Infinity-Sing. Und die Jacke habe ich sogar noch, die graue Jacke. Die Jacke, wenn man nächstes Jahr nach Erlangen geht, sollte ich die vielleicht anziehen. Ich weiß nicht, weil ich mag. Nein, es war eine klasse Zeit, eine wunderschöne Zeit. Ja, und die Qualität. Also ich kaufe ja alles Gebrauch davon gerade, weil ich das ja verpasst habe. Und die Hefte sind alle in Top-Zustand, weil die Pappe so dick war von den Covern. Und das war echt eine krasse Qualität, die Infinity damals gebracht hat. Aber was mir in der Seele wehtut, ist die Zensur. Weil es hat bei mir immer diesen Beigewalt. Wenn ich da drin irgendeine brutale Szene sehe, gucke ich, dass ich irgendwie das US-Heft noch parallel dazu am Start habe und dann den Vergleich angucke. Und für den Moment kann ich es total verstehen. Ich hätte auch keinen Bock, auf die Gerichtsverhandlungen zu sein, was nur so schade ist. Das ist eine Veröffentlichung, die jetzt für ewig auf dem Markt ist und bleibt immer zensiert. Du musst ja auch bedenken, dass wir jetzt, ich glaube, bei uns wird es auch weniger jucken, weil wir kleinere Auflagen haben und kleinere Abverkäufe. Aber Infinity, habe ich ja mal gesagt, bei Sporn wurden über 30.000 Exemplare, mindestens die ersten paar Jahre im Monat verkauft. Also davon kann man nur träumen, dass man annähernd eine Auflage so hat heutzutage. Also wirklich klasse und natürlich liest das mehr, dann fällt es mehr auf und irgendeiner sieht das, fühlt sich gestört und muss das anzeigen. Ich habe jetzt auch das Problem, dass ich womöglich was zensieren muss. Ich werde schon beim Interview sind, ja, euer Zensur. Und zwar gleich bei Flash Gordon, da gibt es die Storyline, da geht es um, das sind die Dynamite Comics, die, ich werde immer zwei US-Hefte im Magazin veröffentlichen und da ist eine zehnteilige Serie, jetzt schießt mich tot, eigentlich sollte ich den Titel jetzt wissen, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall könnt ihr es da nachgucken und in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, welche Serie ihr meint. Genau, genau. Die zehnteilige, die fand ich ziemlich klasse vom Inhalt und da geht es auch um das Dritte Reich. Ja gut, okay, da musst du die Symbole, obwohl das ja auch so die Sache ist, in der Kunst und der Literatur ist das ja, muss man das ja eigentlich nicht zensieren, wenn es jetzt nicht in einem positiven Kontext gezeigt wird, aber da sind das ja die Bösen. Das weiß ich nicht, meine Info ist, und ich weiß, wir haben es damals gemacht und Dino hat es, glaube ich, auch gemacht. Sieht man manchmal, Crosscut macht es auch bei Hellboy. Ja. Ja, bei Hellboy ist es auch abgedruckt. Also richtig abgedruckt, oder? Ja, komplett real. Ja, also das Thema. Ja, also die Symbolik wird bei Hellboy abgedruckt, da sind es auch die Bösen. Ich glaube, das ist der Punkt, der wichtig ist, dass es ganz klar die Bösen sind. Vielleicht hat sich da auch was geändert in den Jahren. Ich weiß nicht. Nee, das ist so eine Sache, das traut sich einfach nicht jeder Verlag. Ja, das ist mir aufgefallen, weil bei Hellformat bei Panini ist die Symbolik immer komplett zensiert. Und wenn du aber einen Trade in der Hand hast, ist es oft der Fall, dass es nicht zensiert ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen davon abhängig, wie riskant die Veröffentlichung ist. Und da ist es wahrscheinlich bei einer Heftausgabe, bei der Marazinauflage vielleicht einfach höher das Risiko, als wenn du, ich weiß es nicht genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dich zensieren, ich werde mich da intim absprechen wegen dem Thema. Also von mir aus jetzt, ich finde es einfach Blödsinn, ja. Es ist eigentlich eine Verdummung. Es ist eine Verdummung, weil die Leute... Ja, weil auch jeder weiß, was da eigentlich gerade abgebildet ist. Was das für Vögel waren, was damals passiert ist und leider passiert ist. Ja, vor allem sind ja auch die Bösen, also ich würde die Diskussion... Sind ja auch die Bösen, ja klar. Das ist ja so, deswegen ich die Diskussion dann gar nicht verstehe. Wenn es jetzt nicht die Bösen wären, wenn ich ganz klar wäre, das ist der Feind, dann würde ich es verstehen. Es gibt ja hier so einen Verlag, der ganz krass in die andere Richtung geht, aber den möchte ich auch gar nicht erwähnen, diesen Kack-Verlag. Das ist mir egal. Das werde ich hier gerne auf Kamera... Ich möchte kein Wort auf YouTube über diesen Scheiß-Verlag verlieren, weil ich denen kein bisschen Aufmerksamkeit geben möchte. Die Leute, die sich auskennen, wüssten direkt, welchen bösen Verlag ich meine. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verstehe nicht, wenn es schon als das Böse dargestellt wird, ist verdummt vielleicht sogar das Richtige. Weil wenn du da ein Fenster draus machst, weiß auch jeder, was unter dem Fenster ist. Und dann denkt man wahrscheinlich noch mehr über die Symbolik nach, als wenn es nicht das Fenster wäre. Ich finde es Quatsch. Ich werde mich da mal schlau machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite, es stört auch nicht, muss ich aber ganz ehrlich sagen. Also mich stört es tatsächlich nicht, wenn man da das Fenster draus macht. Aber ja. Wir werden das auf jeden Fall bringen, gleich zum Anfang. Also immer so zwei US-Hefte von neuen Comics. Und dann werden wir erstmal den Inhalt von den Charlton Comics, die in den 80ern als Taschenbücher gebracht wurden, damit es mal eine anständige Übersetzung auch gibt. Und einen schönen Magazinformat. Werden wir so eine Mischung von alt und neu machen. Und mal schauen, wie die Leute das aufnehmen. Wir haben einiges an Flash Gordon Material, was man kriegen kann. Aber es ist natürlich nicht unendlich. Ich denke, Flash Gordon würde vielleicht, wenn man das neuere Material alles bringt. Ich habe auch bei DC und Marvel angefragt. Die hatten mal so Miniserien rausgebracht, auch vom Verkauf zum Beispiel, dass man das alles bringt. Und genau da ist das Thema halt. Kannst du vergessen, weil das DC und Marvel ist. Da hat Panini die Rechte. Nee, das stimmt nicht. Die Rechte liegen bei mir. Das weiß ich mit Sicherheit. Und das ist altes Material. Und da arbeite ich sogar mit den Kollegen von Panini zusammen. Dass man versucht hat, da den Kontakt herzustellen. Und möchte ich hier auch nochmals Jo Löffler von Panini tanken. Dass er auch da den Kontakt hergestellt hat. Den ich aufgenommen habe. Aber es ist recht zäh. Du hattest jetzt vor kurzem auch eine tolle Idee. Ich bin da nachgegangen. Ich warte immer noch auf die Antwort. Ist jetzt nicht so lange her. Es wäre eine richtig geile Sache. Das würde mich auch unglaublich freuen. Und danke auch für die Info. Weil das hatte ich total. Sehr gerne. Da dachte ich, da wäre nichts mehr da. Aber es ist eine Menge da. Allerdings würde ich sogar auch die alten dann veröffentlichen. Ja, würde ich genauso machen. Würde ich auch ganz. Das Problem ist einfach, wenn du mittendrin dann anfängst. Ja, da steigen zu wenige auf. Und die ganzen Leute müssten ja das alte Material nachkaufen. Aber da möchte ich mich jetzt auch nicht verraten. Also lasst euch überraschen, wenn das was wird. Oh Gott. Dann tippe ich im Dreieck. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Auch besonders für mich. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr zäh. Und es liegt wirklich nicht an den Angeboten. Es liegt nicht am finanziellen, dass man denkt, ja, der wird ja nicht so Angebote machen können. Und auch die andere Sache, wo ich die erzählt habe, in den Bühnen, sage ich mal, das war ausgefeilt. Ich saß wirklich sehr lange da und habe ein richtiges Konzept vorgelegt. Und die Zahlungen waren, sage ich mal, Autoluxus-Oberklasse schon fast. Ja, ich durfte da so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, so für die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Stelle. Und es ist schon krass, wie das so alles funktioniert. Aber ich denke einfach, das Problem, was ich oder Zauberstern, was wir haben, ist einfach, dass wir noch relativ neu sind. Und die Amis wollen aber nicht anerkennen. Es ist ja nicht so, dass wir klein sind. Also wir sind schon klein. Aber ich meine, Zauberstern bzw. R&B Company oder mich als Selbstständigen gibt es ja seit gut 20 Jahren. Ich meine, ich habe einen Haufen Hörspielproduktionen mit großen Verlagen. Wir reden hier von Kittings und Larry Brand und alles, was ich dann auch rausgebracht habe. Und Faith Van Helsing, wo sich jetzt größere Verlage sogar darum kümmern. Und das ist einfach ein bisschen eine Ignoranz, ich weiß es nicht. Das ist einfach, ja, die anderen sind präsenter und dann denkt man, okay, ich kenne jetzt den, der soll es halt machen. Wobei ich auch immer als Lizenzgeber schauen würde, auf was haben sich die Jungs oder Mädels spezialisiert. Ja, aber egal, das ist so ein großes Thema. Der Konsument kriegt das nicht mit. Ich fand es nur schade, weil ich fand, das Konzept, was ich da hatte, war eine richtig... Ja, ich hätte es auch super interessant gefunden. Und ich habe es auch schon geschrieben, ich hätte davon restlos alles lesen wollen. Da hätten wir am liebsten die Wand damit tapeziert. Aber warten wir mal ab. Ich freue mich auf jeden Fall, was die Kollegen dann irgendwann mal machen werden. Ich werde auch gehen schauen. Und wie gesagt, die anderen Sachen sind noch am Laufen. Da sind, was ich nicht verstehe, andere, ganz ehrlich, es gibt da Sachen, die seit 20, 30 Jahren keiner angerührt hat. Und wenn man da nicht reagiert, verstehe ich das vom unternehmerischen Geschäftssinn. Ich verstehe das. Ich kann das nicht verstehen. Egal, wenn man denkt, der ist klein oder nicht klein. Ich gebe auch immer Referenzen an. Die Leute können bei diesen Leuten, die meistens von größeren Verlagen kommen, anrufen, sich über meine Person und über mein Unternehmen schlau machen, sich ein Bild bilden, sage ich mal. Wird auch manchmal angenommen. Und dann weiß man doch, okay, der ist seriös oder der hat das und das gemacht. Ich glaube, so weit denken die gar nicht. Ich glaube, das ist einfach diese amerikanische Sicht auf Europa. Weil die denken sich dann, Serie XY kommt doch schon in Frankreich. Dann ist doch, wer ist dieser Deutschland? Und dann ruft sie. Ich glaube, das ist eher das Ding. Wer ist dieser Deutschland? Ich glaube, das ist tatsächlich eher das Ding für die amerikanische Sichtweise. Weil dann hast du dann Person XY in dem Büro sitzen. Der kriegt dann die E-Mail und denkt sich, der versteht dann gar nicht diesen Twist. Dann guckt er sich die Zahlen an, sieht dann Italien so und so viel veröffentlicht, Frankreich so und so viel. Das kommt doch schon da. Das wird doch da veröffentlicht. Was ist das für eine Entfernung? Wie lange fährst du von Deutschland nach Frankreich? Eine Stunde? Oder wenn du an der Grenze wohnst, da kannst du einfach einen Schritt darüber gehen. Da kannst du das selbst auch auf Französisch kaufen. Das ist doch europäisch. Ich glaube, das ist dieses Ding. Sollen die Deutschen Französisch oder Italienisch reden? Das ist ja auch, wenn du nach Nebraska fährst. Da reden sie auch anders wie in Kalifornien. Das ist ja ungefähr das Gleiche. Nein, es kann sein. Ich denke, das wird sich mit der Zeit dann einfach zeigen. Das sind ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Da würde ich dafür bringen. Und wie gesagt, wir bleiben dran. Es gibt dann auch Infos. Und wenn es soweit ist, werde ich dich informieren. Das ist ganz spannend. Ja, ich möchte das Programm schon ausbauen. Es macht mir eine riesen Freude. Also wirklich, es macht mir einen riesen Spaß. Und ich höre Spiele natürlich auch nach wie vor. Da möchte ich dir eigentlich persönlich auch empfehlen. Ich glaube, das muss ich dir mal schicken. Faith Van Helsing. Weil du wolltest die Antenne reinhören. Ja, unbedingt sogar. Unbedingt. Aber ich denke, Faith Van Helsing wäre so genau dein Ding. Gibt es das auch digital? Weil ich habe keinen CD-Spieler mehr. Also ich höre alles digital. Ja, das gibt es auch digital. Auf Spotify kannst du das hören. Umsonst sogar. Ach so. Da brauchst du nicht mal Napo, sondern das kannst du umsonst hören. Ab und zu kommt ein bisschen Werbung. Aber es stört jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht so, dass es unbedingt stört. Das kann man sich da auch anhören. Digital gibt es natürlich auch. Das Stream, oder kann man sich auch kaufen und unterladen. Ja, das kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, hatte ich der Physiotherapeuten damals im Krankenhaus auch empfohlen. Und dann auf einmal so, ich möchte nicht sagen Fans, aber doch zwei, drei nette Menschen, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, Herr Physiomalis, das ist ja klasse, was sie geschrieben haben. Und die haben die ganze Staffel durchgehört und so weiter. Und das hat mich natürlich gefreut. Also die haben es wirklich gehört dann, ja. Das hatte ich auch bei der Physiotherapie lustigerweise. Ich war bei der Physiotherapie und hatte zwei Tage hintereinander so ein Dragonball T-Shirt an. Und da hat mich der Physiotherapeut auf mein T-Shirt angesprochen. Und da war der auch so voll der Dragonball Fan. Und am nächsten Tag haben wir mit meinen Videos geredet, weil dann wollte der wissen, wie ich auf YouTube heiße und so. Und dann immer, wenn ich da gewesen bin, haben wir dann komplett rumgenerdet und hatten dann eigentlich nur noch Nerdtalk während der Physiotherapie. Das ist mir total lustig. Also, Jungs und Mädels, Physiotherapie. Da kann man ja seine Leidenschaft ausleben. Wo er mich angeht oder Hörspiele. Und er hat auch gut getan. Zurück zu kommen zu Zensur. Ich weiß, das war ein ganz heißes Thema auch bei uns. Und 1999 hat sie auch das erste Mal, wo so ein Amoklauf damals in Amerika gegeben hat. Wir haben damals wirklich, hat der Marius auch gesagt, ein paar Jahren wird es das auch bei uns geben. Das ist erst der Anfang. Also das haben wir sehr, sehr ernst genommen. Ja, klar. Das ist halt auch immer ein bisschen Zeitgeschichte. Gerade wenn das so ein Verlag aus der Zeit rum ist. Und ich kann es komplett verstehen. Ich hätte auch keinen Bock, da jedes Mal zu diskutieren. Und es ist auch eine Diskussion wert, ob das einen Impact auf Leute hat. Also, Jungs und Mädels, Leute, die das Video gerade gucken, schreibt das mal gerne in die Kommentare, wie eure Sichtweise darauf ist. Seid ihr der Meinung, dass zu unreflektiert gewalttätige Szenen in Comics abgedruckt werden? Oder findet ihr es eher schlimmer, wenn sowas zensiert wird? Weil ich finde, das kann man auf zweierlei Arten sehen. Weil, wo du es eben erzählt hast, diese Szene, die zur Anklage geführt hat, was eine Vergewaltigungsszene war, gewesen ist. Es ist eine der ekelhaftesten Sachen, die es gibt. Und ich kriege bei solchen Szenen immer Bauchschmerzen. Und das macht mir in keinster Weise Spaß, sowas zu lesen. Ich hatte das Problem auch, es wurde nicht zensiert oder so, aber ich hatte bei der ersten Fate-Folge, hatte ich eine Szene eingebaut, wo eine Frau in einer dunklen Gasse von zwei Ganoven quasi überwältigt wird. Und die wirklich ihr an die Wäsche wollen, ja. Wäsche, also, wollen einfach dieses Dramatische in dem Moment. Und das hat sich dann aber herausgestellt, dass das nicht passiert ist. Und die Frau war eine Vampirin und hat halt den Beinen platt gemacht. Hat den Beinen platt gemacht. Und dann hatte ich aber dann auf einer Messe, war auch ein Fan da, der gesagt hat, er mag das zwar, aber die Vergewaltigung ging gar nicht. Und dann habe ich, das war ein Jahr später oder so, habe ich gesagt, welche Vergewaltigung, ich würde doch nie eine Vergewaltigung bringen. Ich weiß, dass es, es gab auch Labels, die haben mal sowas in der Art getracht, aber ich würde nie diesen Schritt gehen, weil ich es auch nicht für nötig halte. Und es ist einfach echt. Es ist auch einfach, ja, das macht nur Bau, also. Ich wollte einfach die Gefahr darstellen, dass sie, ja, oh Gott, hoffentlich passiert da nichts. Es war klar, dass nichts passiert. Und weil die Szene ein bisschen zu lang ging, vom Schnitt her, hat er wirklich gedacht, dass da eine Vergewaltigung zu hören war. Und das hat er ein paar Mal, und ich habe es ihm erklärt, es war der gleiche Fan, es war auch der einzige, ja, den ich in den Jahren hatte. Ich habe es ihm wirklich vor Ort erklärt und jedes Mal, wenn er mich getroffen hat, hat er das Gleiche gesagt. Und das ging mir einfach nach, weil ich würde nie, ja, ich habe zwei Mädels, ich habe eine liebevolle Frau, eine Vergewaltigung darstellen, ja. Und wie kann es denn sein, dass er denkt, dass diese Person vergewaltigt wurde, wenn sie danach die zwei Typen ausgeschaltet hat und nichts passiert ist und sie eine Vampire ist. Ja, gut, das ist tatsächlich komisch. Ja, aber das gibt es auch. Und wenn sowas an die Öffentlichkeit kommt, sage ich mal, schlägt das auch manchmal Wellen, ja. Ja, klar. Ich habe die Erfahrung gemacht, die zufriedenen Fans, ja, die melden sich nicht so großartig. Ja, klar, das sind eher die Leute, die es hassen, ne, das sind, die Hater-Stimmen sind immer lauter. Ja, die sind immer lauter und dann löst man da irgendeine Lawine aus, die dem gar nicht entspricht, was da passiert ist, ja. Ja, also im Medienbereich, da muss man schon sich einen harten Panzer, ein hartes Feld zulegen, dass man da einfach drüber steht, ja. Ja, und Jungs, Mädels, nochmal aufgerufen dazu, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr meint. Werden Sachen zu unreflektiert veröffentlicht oder seid ihr der Meinung, alles unzensiert veröffentlicht? Weil, das ist ja der nächste Punkt, das sage ich auch gerne in meinen Videos, Kunst muss an gewissen Stellen wehtun und ja, trotz dessen lässt sich darüber streiten und gerne in den Kommentaren diskutieren. Und ey, wir sind schon wieder bei 52 Minuten, ich war so fest davon überzeugt, dass wir heute es schaffen, innerhalb der 30 Minuten zu bleiben. Aber, ich würde sagen, 52 Minuten ist schon wieder sehr festlich und ich würde sagen, ich danke dir erstmal wieder für deine Zeit, die du heute genommen hast, für das heutige Interview. War wieder sehr interessant, du hast wieder sehr viele interessante Sachen gesagt, die ich auch wahrscheinlich jetzt erstmal wieder eine Stunde verarbeiten muss. Ich hoffe es und ich hoffe auch, dass die Fans dadurch mehr so einen Blick hinter die Kulissen und einfach auch, dass man da wirklich was mitbekommt, das halte ich für wichtig, ja. Und das war mir eine Ehre, ich danke dir auch, ja. Ja, gerne. Vielen Dank auch an alle Fans, die uns unterstützen und die sich auch dein Format anschauen und gerne mal wieder, wenn es dann wirklich auch Neuigkeiten gibt, ja. Ja, und an euch dann nochmal alle ausgerichtet hier, ihr findet Zauberstern-Records und Zauberstern-Comics unten in der Beschreibung verlinkt und dann könnt ihr euch die Hörspiele anhören, wie ihr gerade erfahren habt, auch auf Spotify findet ihr hier Antenna. Ja, und ey, ich muss das unbedingt nachholen, vielleicht höre ich heute Abend noch rein, wenn ich heute Abend noch Zeit und Lust habe, mir ein Hörspiel anzuhören. Kann ich nur empfehlen. Ja, muss ich machen. Musst du aber von Anfang an dann hören. Ja, das ist eh immer so, das ist eh immer ein Kredo, ich muss sowas immer in chronologischer Reihenfolge hören, sonst geht der Nerd in mir drin kaputt, sonst habe ich Angst, was verpasst zu haben. Selbst bei Sachen, wo mir Leute sagen, ey, da ist die Reihenfolge egal, ich ziehe es mir trotzdem chronologisch rein. Man muss ja die Entwicklung mitbekommen in der Serie. Also Larry Prent kannst du eigentlich hören, wie du möchtest, kann ich auch nur empfehlen, ja, aber Faith ist wirklich ein Epos auf 56 Folgen. Das ist geil dann. Danach geht es weiter, aber das ist dann mehr so wie ein Reboot, kann man sagen, ja, das habe ich dann aus der Hand gegeben. Für mich war das abgeschlossen und jetzt kümmert sich der Maritim Verlag drum und das machen die auch wirklich gut. Krass, werde ich definitiv reinhören und damit sind wir dann wirklich durch für heute. Wie gesagt, alles verlinkt in der Beschreibung. Jungs und Mädels, danke fürs Einschalten und auch danke an jede und jeden raus, die sich das Video jetzt hier tatsächlich bis Minute, wo sind wir, 54 und 40 Sekunden angeguckt habt. Und schreibt doch mal Heidi Ho in die Kommentare rein, falls ihr bis jetzt geguckt habt. Haut herein!